Die Altstadt von Kortschola liegt auf einer kleinen Halbinsel der Insel Kortschola. Entlang des Hafens verlaufen die westlichen Stadtgrenzen zwischen zwei sichtbaren Wehrtürmen. Einiges über die Geschichte der Stadt. Die Stadt wurde von Griechen, Römern, Elyrern, Kroaten und Venezianern geprägt. Die ältesten Gebäudereste von Kortschola sind Fragmente mit Weidenornamenten. Aus dem 10. bis 11. Jahrhundert. Die Kroaten besiedelten die Stadt im 9. Jahrhundert. 1001 geriet Kortschola erstmals unter die Herrschaft von Venedig. Das Dokument zur Stadtgründung stammt aus dem 13. Jahrhundert. Im Jahr 1298 gab es Kämpfe zwischen Venezianern und Genuesen. In den Gewässern vor der Stadt. Die Venezianer mit Marco Polo erlangten bei dieser Sie-Schlacht die vollständige Hoheit über Kortschola. Marco Polo wurde einer der bedeutendsten Bewohner, dessen Spuren noch im 21. Jahrhundert gut zu erkennen sind. Im Jahr 1301 gründete sich in Kortschola eine Diözese und die Kirchengemeinde aller Heiligen entstand. Weitere Gemeinden entwickelten sich und bauten sich Gotteshäuser. Im Mittelalter wurde die Stadt massiv ausgebaut. Im Inneren verliefen alle Verkehrswege im Fischgratmuster. Vom Zentrum um die St. Markus Kathedrale ausgehend. Die klar strukturierte Anlage stellt eine Besonderheit in Europa dar. Wohnbauten, Kirchen und kommunale Einrichtungen entstanden auf genau definierten Grundstücken. Als Hauptbaustoff dienten Steine von der Insel Kortschola. Die Michaeliskirche in Kortschola wurde erstmals in Dokumenten aus dem Jahr 1408 erwähnt. Im Jahr 1615 wurde sie restauriert. Und sie erhielt damals ihr barockes Aussehen. Im Inneren der Kirche befindet sich eine Renaissance-Kanzel. Und ein Gemälde auf dem barocken Marmoraltar. Ein Werk von Domenico Maggiuto aus dem 18. Jahrhundert. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde an der Südseite der Kirche die klassizistische Kapelle unserer lieben Frau von der Heilung hinzugefügt. Bis zum Ende der Republik Venedig. Behielten die Duschen die Hoheit über Kortschola. Danach eroberten nacheinander Österreicher, Franzosen, Russen und Engländer den Stadtstaat. Vom Wiener Kongress 1815 bis 1918 gehörte Kortschola. Zur K- und K-Monarchie Österreich-Ungarn. Erstmals übernahm nach den Kommunalwahlen im Jahr 1871. Raffo Arneri, ein Abgeordneter des Dalmatinischen Parlaments. Die Macht in der Stadt. Die Markus-Kathedrale befindet sich in erhöhter Lage im Stadtzentrum. Die Kathedrale wurde von lokalen Meistern. Vom 15. Jahrhundert bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts gebaut. Das Portal ist das Werk von Bonino da Milano. Das Portal ist das Werk von Bonino da Milano. Im Zweiten Weltkrieg stand Kortschula von 1941 bis 1943 unter italienischer Herrschaft und von Ende 1943 bis September 1944 unter deutscher Besatzung. Nach Kriegsende gehörte Kortschula zu Jugoslawien. Erst mit dem Zerfall von Jugoslawien wurde Kortschula Bestandteil der neu gegründeten Republik Kroatien. Die kleine Kirche mit der schlichten Fassade stammt aus dem 14. Jahrhundert und ist eines der ältesten Gebäude der Stadt. Kortschula verzaubert durch ihre zeitlose Schönheit. Einen Spaziergang entlang der Promenade kann ich nur empfehlen. Hier gibt es unzählige Restaurants, wo man gut essen kann. Am Abend kann man hier den Tag ausklingen lassen und dabei ein gutes Glas Wein trinken. Musik 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 Die Altstadt Kortschulas ist von Mauern umringt. Musik Und die Straßen sind in Fischgrätenmuster angelegt, wodurch eine ungehinderte Luftzirkulation, aber auch Schutz vor starkem Wind ermöglicht wird. Musik Weltreisender und Entdecker Marco Polo wurde 1524 geboren. Das Haus der Familie Polo in Venedig ist verschwunden und räumte den Platz für ein Theater, während in Kortschula das Geburtshaus erhalten ist, somit auch das Andenken an den großen Marco. Die Familie de Polo ist auch heutzutage eine der ältesten Familien auf Kortschula. Musik 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 Kortschula ist eine Reise wert. Die Geschichte der Stadt. Die schöne Altstadt und das tolle Ambiente. Laden zum Verweilen ein. Mit tollen Eindrücken verlasse ich nur ungern diese Stadt. Musik 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 Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Abo und einen Like. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Abo und einen Like.